Schau auf, schau auf! Ja klar, Feinlich, Janne... Meine Fresse. Warte mal! Ahhh! Haben Sie was soffen oder was? Herr Killy, Sie wollen erkennend werden. Dann trinken Sie Alkohol? Kaum, kaum, kaum. Ganz, ganz selten. Vielleicht mal zum runden Geburtstag. Ein halbes Gläschen Sekt. Maximal. Also schreibe ich eine Sparte gelegentlich? Ja, ja. Ungefähr. Gelegentlich. Bisschen. Ja, na. Na ja, also, man könnte vielleicht auch ... Ich will ehrlich sein, ein Gast in einem Tag geht drauf. Unterstützen Sie das doch nicht noch? Mensch, da. Ja, ja, ja. Also, eine Kiste täglich. Ja, ja, ja. Und dazu natürlich eine schöne Bulle Kräuter. Ja, also ... Plus ... Kräuter ... Licken, ja. Ja, 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 ja. Dann brauner zum Nachspülen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, und dann natürlich Gin Donnick, ja. Also, wie sie es gehört. Aber damit tschüss, bitte. Ja. Mit tschüss.